Hier ist das Deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Guten Abend, meine sehr verehrten Damen und Herren. Aus gegebenem Anlass unterbrechen wir unser Programm für folgenden Hinweis. Die bekannte Musikgruppe, die Söhne des Nordens, geht auf Weihnachtstournee. Hier ein kurzer Einspieler. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Manchmal träume ich schwer und dann denk ich es wär, Zeit zu bleiben und nur ganz was anderes zu tun. Und so geht's ja um Jahr, es ist mir längst klar, dass nichts bleibt, dass nichts bleibt, wie es war. Soweit der Einspieler. Die gesamten Tourneedaten im Dezember blenden wir nach der Sendung, nach dieser Nachrichtensendung nochmals ein. Und nun zum Wetter. Untertitelung des ZDF, 2020